Bei Zweirad Express wird ein Fahrrad von einem Fahrradmechaniker vollständig aufgebaut und fahrtüchtig gemacht. Unser Fahrradmechaniker überprüft alle Anbauteile, zentriert die Laufräder und stellt die Gänge ein. Natürlich darf ein Überprüfen des Reifendrucks und der Bremsbeläge nicht fehlen. Danach wird dein Fahrrad gut geschützt versandfertig gemacht. Bei dir angekommen kannst du mit ein paar Handgriffen dein neues Fahrrad fahrtüchtig machen. Einfach auspacken, Lenker gerade machen und die Pedale montieren. Falls du ein E-Bike gekauft hast, immer Akku laden. Jetzt nur noch die Sattelhöhe einstellen und los geht die wilde Fahrt. Zweirad Express wünscht dir viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.